so hallo leute ich begrüße euch mal wieder zu einem weiteren let's langweil hier mit gta son andreas multiplayer diesmal ist dabei der jamba einfach nur hallo sagen und der peri warum ihr jetzt bei mir auch immer so leicht ist halt ich weiß es nicht ich hoffe in der aufnahme ist nicht so okay hier steht jetzt Willkommen wir sind hier auf dem L.O.M. Server alte hört auf bin ich jetzt tot oder was nein da legt sich wieder Schwulette hin alte Ruhe jetzt da hinten bei Jamba so also hallo Chabak da sind ja okay gut freigeschaltet wird dieser automatisch nach dem Basten ach so ich kann schweben ein Forscher kommt wird automatisch nach dem ersten zahltag erstellt freigeschaltet wird dieser automatisch nach dem zweiten zahltag alternativ kannst du ein admin anschreiben es gibt eine story so was passiert wo bin ich was sind das für kopfschmerzen ja die scheiß pisse haben mich gerade zusammengeschlagen ist das hier der bahnhof verdammt wie bin ich hierher gekommen du kontrollierst deine taschen ach so halt alles weg nur mein Handy ist noch da kein Wunder bei dem Teil ich denke ich soll dir aufbrechen 0 bestehend auf äh enter Ente 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 Überzeugungen dem Ach das hier oder was er was mashendung Chatters du hast die Gleise überwehrt jedoch überinnerst du dich immer noch ein nichts die umgebungen kommen Krien nicht vertraut vor okay erlaubt zum nächsten Punkt los geht's ein cool einkaufswagen rennen da wollte ich vorhin auch vorschlagen aber geht ja nicht wie habt ihr eure Tick points weggekriegt wir haben ablaufen ach so er ja wieder was so dass er die jetzt machen wegen der Story ja wir wissen ja jetzt nicht mehr wegen vorliegen ich bin nicht zu euch wieder schuld das ist ja nicht einstecken das ist cool wie wir alle gleich laufen alter piss dich so hier ist hier steht es ähm hey da liegt doch irgendwas äh was ist das für ein bügelgrüner was ach ein bündel grüner ach so nicht bügel äh du hebst einen Scheiße alter mein mikro ist gerade am Arsch so jetzt äh du hebst einen bügel Geldscheine auf 800 Dollar genau abgezählt hatte hier jemand vergessen du schaust dich um entschließt dich aber das Geld zu behalten also ich gucke mich um niemand ist da ja 4 und ich habe jetzt mal 800 Dollar das ihr nicht habt oder ha minus 20 Dollar naja echt jetzt ja warte der nächste Checkpoint ist da wie wir wie wir das hier laufen alter müssen wir echt jetzt die ganzen Checkpoints abgehen ja scheiße jetzt habe ich den nicht lesen können wieso nicht weil der gleich wieder weg ging der nächste Checkpoint ist da im Park warum weißt du Sachsenalsch ah da bei dem Pfeil hier ähm hier ist ein guter Ort neu anzufangen auch wenn ich nicht weiß wo ich bin vielleicht erfahre ich ja etwas äh mit der Zeit nur kann ich nicht auf die Straße äh nicht auf der Straße schlafen und von Luft leben um dir den Einstieg zu erleichtern kannst du slash Mission eingeben dort äh erhältst du eine aktuelle Aufgabe um erst einmal Fuß zu fassen viel Erfolg soll ich das jetzt machen oder ja du sollst da reingehen wo jobs warte ok Scheine durch die Stadthalle ah ok Jobhilfe ok was ist hier man kann Busfahrer sein lol echt mhm man kann Firmen machen ok also etwas anders wie der anders äh wie der alte Server viel besser Bürgermeister Meisterschaftsbar ok was soll denn was was wer was werdet ihr denn warte was ich Jobhilfe Heidbauer Minenarbeiter Kartoffelbauer weiß nicht hey Patty du hast einen Personalausweis beantragt ja wie hast du denn das gemacht ja bin auf äh äh Anträge gegangen dann Personalausweis der kostet aber was ja und ja arbeitslosengeld jawoll ich hab auch arbeitslosengeld geantragt arbeitslosengeld wie viel ist das keine Ahnung du kannst einen Job nur annehmen wenn du eingemietet bist ok ah jetzt sind bei mir die Checkpoints auch da ja warte mit mit Slash einmieten ja jetzt kommt raus kommt raus Checkpoints die Checkpoints sind wieder da welche Checkpoints ja die roten Punkte hast du nur gemacht hey die sind bei mir jetzt nicht mehr da bei mir schon folgt mir einer fehlt ja Patty links links bei mir ist keiner da ja bei mir auch nicht Junge ich will in den Baum rein Juli siehst du mich nicht doch ich weiß aber nicht wo die Checkpoints sind ja das kommt mal her dann lauf ich da hin also wir können uns mit Slash einmieten einmieten ja das weiß ich auch woher hab ich gelesen ach so Jamba komm mach mal schneller ich kann uns ich kann nicht schlagen ich glaube das ist Brustunternehmen ja das glaube ich ja ne das ist das Taxiunternehmen alter alter ich will auf jeden Fall Busfahrer werden ich auch ah nein ich hab jetzt nach den gesucht ach ich hab Jobinfo eingegeben und dann wurde ich hierher geleitet dann kann man Busfahrer werden dann musst du dich auch wahrscheinlich erstmal einmieten du kannst nur einen Job annehmen wenn du eingemietet bist ich hab den Bus geluschen oh man was echt jetzt du bist kein Busfahrer du hast du keinen Führerschein egal wenn ich da lol ich kann da kurz einsteigen ja und dann ich bin Führerschein warte mal hä what the fuck tacks 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 so wir müssen jetzt oh hört auf warum ich schlag nur den Bus lass Jamba schlagen hör auf nein lass lass slash ein ich mach mal slash einmieten ja und jetzt er muss wahrscheinlich von dem Haus oder sowas stehen nee da stein einmieten kannst du zum Beispiel ach so warte ich kann auch slash Navi machen und dann nächst äh gelände äh 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 gibt's nicht die Stadtteile Verwahrplatz Busbahnhof ach so scheiße Werkstatt in in Fahrschule ich hab's Fahrschule wurden Adam ich geh mal zum Einmieten ich geh zur Fahrschule ich geh mit Party ok weil du du musst nämlich dich als erstes ich hab das einfach ein bisschen blöd gemacht dass das man am Anfang laufen muss ja gut wir mir nicht mehr eine richtige Anweisung bekommen was wir jetzt machen sollten warte wie weit ist denn das weg das ist ein bisschen blöd dass die erstmal so mit einer so richtig ja sicher da hinten mhm mhm dann wär ich jetzt hingelaufen scheiße das ist ein bisschen scheiße von denen das erst mal so und machen ja wir sind uns aber wir haben eine richtig geile Story ähm drei Texte und weiter muss man alles selber erkunden ich ein bisschen scheiße was nutzen sie jetzt ihre Chance finden sie er darf ich mich tun ok ah ich bin bei diesen bei der Fahrschule gleich ja ich auch auf ich ja das hier ich hier hier